Wenn ein Presslufthammer dröhnt oder eine Motorsäge kreischt, dann ist das nicht unbedingt schön, aber laut. Und alles, was laut ist, ist gut, um ein neuer Disco-Sound zu werden. Mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Was hier aus dem Lautsprecher knallt, schaffen die Hörorgane nicht mehr. Der infernalische Lärm geht direkt und ungefiltert in Kleinhirn- und Rückenmark. Du wirst jetzt immer lieben, nie vergessen, wenn ihr mehr wollt. Das ist Techno. Es hat den Anschein, als könnten die Techno-Kids den Weltuntergang kaum noch erwarten. Danach gehen sie angeblich entspannt nach Hause. Der Alltag ist für sie nur noch die Pause bis zur nächsten Techno-Party. Techno heißt das akustische Chaos, das akustische Chaos, das akustische Chaos. Wenn man nach so einer durchgetanzten Techno-Nacht ist man total relaxed. Die Techno-Tortur mit intakten Hörorganen zu überstehen, steht augenscheinlich nicht zur Debatte. Techno-Fans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Techno-M획 Immer nach so einer durchgetanzten Techno-Nacht ist man total relaxed. Was machst du mit deinen Ohren?